auf diese Vorlage einzutreten und ihr auch zuzustimmen. Es ist eine kleine Gesetzesänderung, aber mit großer Wirkung, sowohl im Interesse der Patientinnen und Patienten wie auch der Stärkung der Haushaltsmedizin als Eckpfeiler unserer Gesundheitsversorgung. Wirtschaftlich, zweckmäßig und wirksam sollen ärztliche Leistungen sein, eine unbestrittene Anforderung des KVG. Nur wer definiert, was wirtschaftlich ist und wie? Der Bund tut es nicht. Wer denn definiert die Wirtschaftlichkeit einer ärztlichen Behandlung? Und wie nach welcher Methode kontrolliert sich diese seit 1996 nach wie vor nicht definierte Wirtschaftlichkeit und deren Indikatoren? Der Bund hat diese Aufgabe delegiert. Die Definition, wie eine ärztliche Leistung sein muss, um sie als wirtschaftlich zu anerkennen. Und auch die Art der Prüfmethode. Er hat diese medizinisch komplexe und heikle Aufgabe den Kassen überlassen. Doch Krankenkassen sind ökonomisch denkende Unternehmen. Und so wählten sie eine Methode, die sich auf den Kostenvergleich von Durchschnittskosten der Praxen gleicher Fachrichtung reduzierte. Auf Druck der Leistungserbringer wird seit 2005 der Alters- und Geschlechtsunterschied in der Patientenstruktur pro Praxis berücksichtigt. Doch Unterschiede dieser Art begründen nur drei Prozent der Praxiskosten. Die Selbstverständlichkeit hingegen, die Beachtung der Patientenstruktur hinsichtlich ihrer Morbidität, also die Frage, ob es in einer Praxis viele chronisch Kranke und teure HIV-Kranke und so weiter gibt oder nicht, wird nicht beachtet. Und genau da liegt der zentrale Kostenfaktor. Nach wie vor unbeachtet bleiben Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit. So kann es sein, dass zwar teure, aber zweckmäßige und die Heilungsdauer verkürzende Leistungen meines Erachtens zu Unrecht, fachlich auch zu Unrecht, als Überarztung von den Kassen geahndet werden. Ärztinnen und Ärzten, die sogenannt überarzten, kann dann die Vergütung verweigert werden und sie können zu Rückzahlungen verpflichtet werden. So kommt es, und ich habe dazu etliche sehr eindrückliche Schreiben erhalten, so kommt es, dass Patientinnen und Patienten mit komplexen Krankheiten nicht mehr ausreichend behandelt oder einfach abgeschoben werden zu anderen Ärztinnen und Ärzten oder gerade ins Spital. Es kann aber nicht das Ziel der Wirtschaftlichkeitsprüfung sein, dass letztlich die Patientinnen und Patienten, die gelackmeiert sind oder Kranke und Kosten ins Spital abgeschoben werden. Die Wirtschaftlichkeitsprüfung muss fachlich verbessert werden. Sie ist morbiditätskorreliert, risikoadjustiert zu definieren. Dies im Interesse der Kranken und um der Qualität der Haushaltsmedizin willen. Aufgrund der drei parlamentarischen Initiativen, Meier-Kassis-Heim, schlägt die Kommission vor, dass sich Ärzteschaft und Kassen nun partnerschaftlich auf eine medizinisch qualifizierte Methode zur Wirtschaftlichkeitsprüfung einigen. Das Problem ist also bekannt, schon lange, die Lösungen für Verbesserungen auch. Sie sind sowohl aus Patientensicht wie auch zur Sicherung der guten hausärztlichen Versorgung unabdingbar. Sie sind dringend. Und die SP-Fraktion empfiehlt deshalb Ihnen, dem Rat, erstens den Gesetzentwurf anzunehmen und zweitens in den Übergangsbestimmungen der Kommission zu folgen und die Frist für eine bessere Lösung auf zwölf Monate festzusetzen. Ich bitte Sie also um Eintreten und Zustimmung zur Vorlage.